So was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video und heute spielen wir LEGO Worlds. Und heute spielen wir auf der Playstation 4, denn ich bin rüber gestiegen, weil, naja, wie soll ich sagen, ich hab auf dem PC aufgenommen und dann ist mir eine, also die Aufnahmeteil leider, die ist einfach verschwunden. Dann dachte ich mir, hey, was soll ich machen, soll ich irgendwie nochmal auf dem PC von vorne anfangen, aber nein, ich wollte sowieso auf der PS4 spielen. Weil auf der PS4 laufen Spiele meistens besser. Es ist meistens schwerer, Spiele für den PC zu konfigurieren als für die PS4. Deswegen hier läuft alles flüssig und alles ist super, deswegen ja, wie auch immer. Lass uns erstmal in den Charts gucken und wir sind in einer neuen Welt. Ich, ähm, wir haben alles, außer mein Inventar. Ich hab nochmal 10 Stück geholt und wir haben irgendwas bekommen. Wir haben eine Scheune bekommen. Oh mein Gott, das ist so cool. Soll ich mal große Scheune bauen? Wieso eigentlich nicht? Und da haben wir die Scheune, sie kostet 2500 und die können wir hier platzieren, falls es lädt. Wow, die ist riesig. Die ist absolut riesig. Oh mein Gott. Okay, ich bin gerade so aufgeregt, Leute. Schaut euch das mal an. Alter, wie cool. Okay, da hatten wir echt Glück mit der Scheune. Das hatte ich nämlich auf der PC-Version nicht. Aber na gut, lass uns Menschen helfen, der wir brauchen. Wir werden heute 15 dieser goldenen Steine bekommen oder goldene Blöcke oder wie auch immer. Da ist ein Skorpion. Bäm, bäm, stimmt. Du blödes Skorpion. Das ist richtig. Von dieser Person kann ich mit dir reden? Was hat die denn vor? Howdy? Ich möchte eine Scheune für meine Ranch. Hilfst du mir? Ich hab da gerade eine gebaut neben dir. Okay, dann machen wir halt eben dasselbe nochmal. Man muss dasselbe dann nochmal machen, weil, ja, ist halt einfach so. Wir bauen einfach irgendwo ein. Ist mir eigentlich vollkommen egal, Buddy. Hier hast du deine Scheune gleich in deinem Baum. Diesmal ist der Eingang, wird ein bisschen schwer. Es wird ein bisschen schwer, reinzukommen, aber du musst damit leben, okay? Und wir bekommen, was bekommen wir? Oh, cool. Das ist geil. Schraumschlüssel. Kann ich damit schlagen? Bäm, bäm, bäm. Jetzt haben wir das Infektar freigeschaltet endlich. Hat ja lange gedauert, schätze ich mal. Aber na gut, was geschafft ist, ist geschafft. Und das ist echt cool. Show, das ist mal an, wie geil das aussieht. Okay, lass uns mehr Menschen helfen. Moment mal, hast du noch was? Jetzt brauche ich noch ein paar Pumpen und andere Ranch-Kram, äh, Ranch-Kram, damit es losgehen kann. Ich weiß nicht, wieso ich für den Amerikanen rede. Aber na gut, wir brauchen erstmal Heu. Heu und vieles, vieles mehr. Deswegen erstmal, lass uns erstmal unser Entwirkungswerkzeug rausholen und jetzt können wir hier alles nehmen. Was ist das hier? Ist das Heu? Heu-Stapel. Ja, ja, so ist es doch. Heu-Stapel, sehr gut. Was ist das hier? Das ist eine Steinkiste. Steich? Was? Was war das? Ich konnte es nicht lesen. Ein Ameisenhügel und ein paar Bäume. Sehr, sehr interessant. Das ist auch noch etwas, was sehr interessant ist. Großer Zaun, sehr cool. Gott, hier kann man echt eine Menge bauen. Oh, das genau, das braucht man auch auf jeden Fall. Vielleicht, nee, das kann ich leider nicht einscannen. Aber wir können die Kaktüsse einscannen, was sehr, sehr cool ist. Und sogar die Pumpkins. Oh mein Gott, wir können alles einscannen. Das ist echt cool. Kürbis, meine ich. Oh, Unruhe, Steff, da wo sind sie? Da bist du. Bleib stehen, du Loja. Nein, die sind nicht süß. Die sind bösartig. Ich versuche es. Bleib stehen. Komm schon. Sei leise. Ich weiß, ich weiß. Ich versuche es ja. Oh mein Gott. Die sind ultra mega schwer zu erwischen. Oh mein Gott. Der will es wirklich wissen, oder? Ja, okay. Dann laufen dein Leben. Meine Güte. Ich helfe lieber dem anderen. Dieser Typ war echt nervig. Wirklich. Meine Güte. Mich würde mal interessieren, ob ich meinen Straumschlüssel raushol, ob ich da mehr Schaden mache. Ja, definitiv glaube ich schon, oder? Ich mache da mehr Schaden, was sehr gut ist, weil ich brauche eine Waffe, mit der ich mehr Schaden mache. Und ich kann sogar... Oh cool. Kann ich so... Wusste ich gar nicht. Okay, ich packe das mal weg. Kannst du das bitte wegtun? Äh... Ist das eine Waffe? Was ist das? Ich verstehe gerade gar nichts. Wirklich gar nichts. Also ich meine, das ist ein Deckungswerkzeug, aber ich habe doch... Ich wollte das eigentlich gar nicht losholen. Ähm... Wie kann ich das wieder wegtun? Irgendwie geht das gerade nicht. Ist das verbuggt? Ich glaube, das könnte verbuggt sein, Leute. Okay, ich muss nur nochmal neu starten, weil irgendwie ging es nicht. Aber ich kann sogar auf Häuser klettern. Das ist so cool. Und jetzt kann ich das Deckungswerkzeug holen. War verdammt merkwürdig. Aber ich glaube, ich habe sogar die ganzen Sachen, oder? Ich habe die ganzen Sachen. Einmal das hier auf jeden Fall. Was will denn noch? Das habe ich. Das... Weiter habe ich auch. Oh, das dritte habe ich auch. Ja, wir haben alles. Wir haben einfach alles. Hier, ich kann es sogar hier gleich hinstellen, wenn du willst. Siehst du? Ja. Hä? Wieso geht es nicht? Oder vielleicht auf dem Boden? Wo willst du es haben? Ah, er will auf dem Boden haben. Macht irgendwie gar keinen Sinn, weil wieso sollte man? Okay, es ist nicht schön, wie ich es platziere. Das steht schon mal fest, aber das Spiel ist eine Rolle. Ah, das ist auch geschafft. Okay, jetzt ist noch der Tor. Genau. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. So, genau. Die Windmühle, meine ich. Natürlich wusste ich, dass es eine Windmühle ist. Noch eine. Zwei Stück davon. So, hast du. Kriege ich einen goldenen Block? Nein, bekomme ich nicht. Ich bekomme einen vernamten Besen. Du bist ein Arsch. Okay, weißt du? Oh, da hinten ist jemand. Der gibt mir einen goldenen Block. Meine Güte. Ich war einfach nur auf fünf goldene Blöcke. Ich weiß aber nicht, ob wir es diesmal hinbekommen. Weil ich meine, wir sind jetzt ein bisschen weiter zurück. Aber ich hoffe einfach mal. Oh Gott, jetzt habe ich einen Besen und einen Schraubenschlüssel. Irgendwie cool. Zwei Leute wollen hier geben mir einen goldenen Block, wenn ich ihnen helfe. Nur, wo sind sie gerade? Ähm, Leute, wo seid ihr? Seid ihr vielleicht in der Höhle oder so? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die werden auf der Karte gezeigt. Ich weiß aber nicht, wo sie sind. Hilfe. Los, Pferdchen, bringt mich zu denen. Bring mich zu denen. Ja, ja. Okay, gleich Spaß. Ich würde schon immer in meinem Leben ein Pferd nachmachen. Definitiv wollte ich das. Sind die vielleicht da oben? Ah, da oben wahrscheinlich, ne? Natürlich. Kletter, 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 kletter. Los, 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 los. Alter, ich kann ja alles hochklettern. Ist ja mal unnormal. Sind die hier immer noch? Wo sind die denn? Das kann jetzt aber nicht wahr sein, oder? Ah, vielleicht sind die unten. Wow. Ach, du Kacke. Vielleicht sind die ja unten. Vielleicht muss ich ja hier was wegmachen. Kann das sein? Ich glaube nämlich ja hier mit dem Landschaftswerkzeug. So, und jetzt entfernen wir das hier mal. Weil anscheinend ist da etwas. Wenn nicht, dann habe ich keine Ahnung. Wirklich nicht, okay? Da habe ich keine Ahnung, ob da was ist. So, machen wir einfach den hier. Genau, genau, genau. Ist da jemand? Da müsste jemand sein, Leute. Ich habe sonst keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh mein Gott, da ist aber niemand. Na super. Jetzt finde ich Leute, denen ich helfen kann. Und dann finde ich sie doch nicht. Hier vielleicht irgendwie irgendwas boh. Schaut mal, wie viel wir wegmachen können. Das ist so unnormal, wie viel wir wegmachen können, Leute. Es ist so krass einfach nur. Wo seid ihr? Ich werde euch finden. Ist mir egal, wie lange es dauern wird. Oh mein Gott. Wir zerstören die komplette Gegend. Wir machen eine... Wir könnten mit diesem Werkzeug eine komplette Welt kaputt machen. Ich bin sogar... Oh, da ist jemand sogar. Da ist sogar jemand. Hey, bist du das? Oh, cool. Was bekomme ich denn von dir? Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, was du haben willst. Na gut, dann lass uns... Ähm, das Teil habe ich schon gescannt. Dann gebe ich dir erstmal das Teil natürlich. Logischerweise. Was? Brauer Bulle kann noch nicht entdeckt werden. Mission noch nicht gefunden. Moment mal. Kann ich nicht mit ihm... Oh Gott. Okay, das verstehe ich nicht. Kann ich nicht mit ihm reden? Hey, Buddy, ich will mit dir reden. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich nicht mit dir reden? Hä? Erklär mir das mal. Wir haben einen Cowboy entdeckt. Oh mein Gott. Ich wollte keinen Cowboy. Cool. Ich verstehe leider nicht, Leute, wieso ich diese Mission nicht machen kann. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hier. Kann ich die vielleicht einscannen? Das müsste ich, oder? Ich kann die nicht einscannen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, die Musik. Die Musik ist richtig geil, Leute. Kann man nicht anders zu sagen. Aber hier. Hier ist ein Licht. Man sieht es jetzt nicht. Man sieht es nur, wenn man weiter weg geht. Ich versuche dasselbe hier nochmal. Wenn es nicht klappt, dann tut es mir leid. Obwohl, bringt ja gar nichts, weil hier ist kein goldener Block, ne? Der angezeigt wird. Oh mein Gott. Na prima. Da ist nochmal ein goldener Block. Endlich. Da ist eine Person, die mir tatsächlich eingeben will. Glaube ich, oder? Oh mein Gott. Der wird verprügelt. Na gut, ich lasse ihn mal verprügeln. Ähm. Wo ist die Person jetzt mit dem goldenen Block? Seht ihr das, Leute? Die werden die ganze Zeit auf der Karte angezeigt, aber irgendwie dann wieder auch nicht. Ich glaube, mancher muss man keine Mission erfüllen, sondern man muss die einfach nur wehtun, oder? Probieren wir einfach mal das Ganze. Bäm. 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 Stab, 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 stab. Stab, stab. Okay, haben wir? Oh, der Typ. Der Typ. Der Typ hat keinen goldenen Block bekommen, stimmt's? Komm, so tut er ihn. Tut er ihn. Oh mein Gott. Achso, ihr müsst ihm helfen. Vor der anderen. Da gibt er uns den. Oh, nice. Endlich haben wir einen bekommen. Sehr gut. Ohne Witz, Leute, das dauert manchmal echt lange, bis man irgendwas bekommt. Aber die Waffe macht doch immer mehr Schaden. Das ist schon mal sehr, sehr nice zu wissen, dass wir Fortschritte machen. Da oben ist der Schatz. Kletter, Kletter, Kletter. Kletter für den Schatz. Oh mein Gott. Einen unnormalen Schatzgefühl, Leute. Schaut euch das jetzt mal an. Bäm. Lass uns reingucken. Bitte gib mir was Gutes. Bitte gib mir ja vielleicht... Ich glaube, da kann man auch diese goldenen Blöcke... Ein Gewehr. Ne. Wie kann ich damit schießen? Wie kann ich damit zielen? Das ist das, was mich interessiert. Wie kann ich damit zielen? Autsch. Okay, das ist ein bisschen weh. Ne, nicht wegtun. Ich will damit zielen können, aber ich weiß halt nochmal nicht wie. Komm schon. Ach man, ich weiß nicht. Wie kann ich damit zielen? Oh mein Gott, ich hab irgendwas zerstört. Hier hab ich irgendwas zerstört, Leute. Ziemlich geil. Aber ich würde echt gerne wissen, wie ich damit zielen kann. Weil es muss doch bestimmt irgendwie gehen, oder? Mh, merkwürdig. Na gut, lass uns mal. Oh Gott. Glitter hier drauf. Oh, glitter hier drauf. Nimm den Schatz. So einen Schatz wirst du nicht zweimal in deinem Leben finden. Nur einmal, okay? Das ist richtig. Komm, gib mir einen goldenen Block. Hä? Ist das ein Bug? Oh! Säbel, das ist cool. Dann brauch ich nicht so zielen. Das kann ich einfach so verwenden. Säbel, da haben wir es ja. Bäm, bäm, boah. Alter, Schwere ist das geil. Hier haben wir Dynamit sogar. Ziemlich, ziemlich cool. Aber da ist einfach etwas weiteres. Was will der Typ? Der Typ gibt mir irgendwas. Ich rede mal mit ihm. Audi, was meinst du? Versorgst du mir einen Karren und eine Steinchenkiste? Ja, natürlich. Kann ich gerne machen eigentlich. Du brauchst diese Kiste. Ich glaube, die Kiste habe ich sogar, oder? Da habe ich auf jeden Fall eine Steinchenkiste. Da steht schon mal fest. Aber einen Karren habe ich leider nicht. Tut mir echt leid. Ja. Äh, falsch. Was zum Teufel? Das hier, Steinchenkiste. So. Bäm. Eins, zwei, drei. Okay, nice, nice, nice. Habe ich den Säbel? Ich würde gerne eine Schlange töten. Check, check. Holy shit. Hä, ja, check. Komm schon. Oh mein Gott, die Schlange ist tot. Das ging schnell mit einem Schlag. Leute, ein Schlag und das reicht. Ein einziger Schlag. Wow. Buddy, was auch immer du da brauchst, aber du brauchst eine Karren, ne? Normalerweise muss es sich hier in der Nähe befinden. Aber ich sehe jetzt gar keine Karren gerade. Wenn ich eine sehe, dann machen wir es. Und wenn nicht, dann nicht. Du gibst ja eh kein goldenes Dings da. Außerdem habe ich jetzt ein Säbel, was richtig cool ist. Ähm, brauchst du Hilfe, Buddy? Ah, der braucht Hilfe. Verstehe. Bäm. Lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Nja. Nja. Oh Gott, gib mir das. Hello, ist meins. Oh mein Gott. Du sollst mir das geben. Nja. Nja. Oh, er ist tot. Er ist gestorben. Gibst du mir was jetzt? Ja. Oh, sehr cool. Okay, wir haben ihm geholfen. Hier muss man anscheinend Menschen helfen. Also, es gibt verschiedene Wege, um die ganzen goldenen, ähm, Lego-Steine zu bekommen. Ja, goldene Lego-Steine. Ich weiß nicht, wieso ich immer goldene Blöcke oder sowas sage. Einfach ein goldener Lego-Stein. Ganz simpel. Danke. Ich will mal gucken, wie stark ich bin. Säbel. Nur noch drei goldene Steine. Und du erhältst die Kamera, die neuen Visionstypen möglich macht. Herr, merkwürdig. Bilder, genau. Wir können dann Bilder in meinen Welten schießen, wenn ich 15 Lego-Steine bekomme, was sehr, sehr cool ist. Aber da ist der Person. Was ist mit dir los, hä? Lass ihn in Ruhe. Du Loser, ey. Gib mir, gib mir das. So los. Hallo? Soll ich böse werden? Was hat sie denn? Komm schon, komm schon. Ich bin auf deiner Seite. Oh Gott, dieser, das ist so cool, dieser Säbel. Oh, da ist jemand. Ich verstehe nicht, wieso sie mir nichts gibt. Hallo? Vor was hat sie Angst? Ich weiß nicht, vor was sie Angst hat. Bist du merkwürdig? Du bist tot. Oder klettert er irgendwo? Ist eh nicht. Oh, da ist jemand. Äh, sorry, buddy, aber... Oh Gott, du bist echt so dreist, ne? Ja, du bist... Was? Ich hab dich nicht? Okay. Dann kannst du bloß weggehen. Ich hasse dich eh. Hier, die will mir was geben, aber irgendwie dann auch nicht. Okay, das meine ich. Manche ist es so anstrengend, von denen zu bekommen, was sie wollen, aber wie auch immer. Wir sollten auf einen anderen Planeten gehen. Zack. Also cool. Alter, ist das gut. Da wird mehr Gold ange... Was ist das? Achso. Der Typ kann gar nicht sterben. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber da wird noch einer angezeigt. Brauchst du... Braucht da jemand nochmal Hilfe, oder wie sieht's aus? Da ist jemand, der braucht Hilfe. Ich rette dich. Ich beschütze dich. Ah, du brauchst Kühe und das andere, ne? Habe ich leider nicht, Buddy. Es tut mir so leid. Kann ich... Ich kann ihn nicht. Braune Kuh kann doch nicht entdeckt werden. Mission nicht gefunden. Das meine ich. Siehst du das? Ich weiß nicht, wieso es nicht klappt, aber wahrscheinlich muss ich aufleveln oder so. Ich kann dir da nicht helfen. Ich sollte in eine andere Welt gehen, wenn ich dir nicht helfen kann. Boah! Ein Riesenvogel. Bitte lass mich auf die Reiten. Entdeckungswerkzeug. 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 Komm schon, speicher ihn. Ah, es geht nicht. Schade. Ein riesiger Vogel, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Da ist sogar ein Ballon. Das ist ebenfalls sehr cool. Oh mein Gott. Kann ich hier was kaufen? Haha, lol. Okay, ähm, handeln. ...durchstreift die Galaxie auf der Suche nach Entdeckern, die eine Vielzahl verschiedener Gegenstände benötigen. Manche davon sind ziemlich selten, aber alle sind sie ziemlich teuer. Okay, das ist echt cool. ...haben, was du suchst. Das ist richtig cool. Danke, danke, by the way, ne? Okay, Leute, wir gehen jetzt wirklich in eine andere Welt, weil... ...im Endeffekt ist es hier einfach... ...ich weiß nicht, es ist schwer, die goldenen Blöcke zu bekommen. Manche Personen sind einfach schwer, okay? Manche Personen sind einfach sehr kompliziert. Kann ich hier rein vielleicht? Okay, es geht. Sehr gut. Okay, Leute, ich habe mich in eine andere Welt gesucht, weil... ...ihr habt ihr gesehen, die wollten mir keine Blöcke geben. Deswegen gehen wir auf eine andere Welt und schauen mal, was hier ist. Und ich habe mir wieder eine grüne Welt ausgesucht. Einfach so, weil es mir eigentlich relativ gefällt hier in der grünen Welt. Und hoffentlich brauchen hier Leute Hilfe, okay? Ich will nur goldene Blöcke bekommen. Mehr nicht. Wunderbar erwiesen, okay, das ist cool. Ah, jetzt haben wir ein paar Sachen freigeschaltet. Sehr cool. Die gibt mir zum Beispiel nur einen silbernen Block. Das brauche ich nicht. Deswegen brauche ich hier nicht zu helfen, weil ich das nicht haben will, okay? Es ist quasi wichtig, wenn man selber bauen will. Aber ich will nicht selber bauen. Ich will einfach nur meine goldenen Lego-Blocke bekommen. Da sehe ich auch schon den ersten goldenen Lego-Block. Oh... Achte auf die verschiedenen verliegenden Herzen. Zombies sind mit Standardwaffen nur sehr schwer zu besiegen. Hm, verstehe. Wenn du ein mächtiges Schwert... Oh, ich bin tot. ...was Explosives hast, dann lass keine Gnade walten. Oh mein Gott. Oh, das ist so süß. Ah, das haben wir schon mal gehört. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, hier ist eine Höhle. Wir haben eine Höhle gefunden. Da ist ein Schaf, lol. Okay. Hey, mein Schaf, du kannst cool springen. Da ist ein Schatz drin. Ich kann es hören, da oben. Gib mir bitte eine gute Waffe. Gib mir bitte eine gute Waffe. Ich brauche diese gute Waffe. Ich brauche eine gute Waffe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Oh, komm schon. Ich brauche etwas, was besser ist noch als den Säbel. Oh, eine Straße. Straßenplatte. Kurve, lol. Okay, das ist episch, was es hier alles gibt. Das hört einfach gar nicht mehr auf. Es gibt ja so viele Sachen. Das ist schon wieder ein Zombie. Autsch. Du bist bösartig. Hör auf damit. Gott, die ist stark. Sie ist stark, sie ist stark. Gott, sie ist stark. Das ist die Chili da. Oh mein Gott, ich habe mir lang schon einen Fisch. Überleg dir mit wem du dich anlegst. Und ich habe eine Banane. Ach Gott, sie will nicht. Okay, ich habe keine Chance. Ich habe einfach keine Chance. Wirklich nicht. Oh Gott. Das dauert immer so lange. Wo ist denn mein Säbel? Da ist er. Das dauert ja eine Ewigkeit, bis ich den finde. Boah, die Kuh hat mich ermordet. Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder hasst mich in dem Spiel. Wirklich. Boah, was für ein schönes Lagerfeuer. Schaut euch das mal an. Sieht ja richtig cool aus. Kann ich das entdecken? Wäre natürlich der absolute Hammer, könnte ich das entdecken. Ich glaube, das geht sogar, oder? Ja. Feuer. Einfach nur Feuer. Lol. Kein Lagerfeuer, sondern einfach nur Feuer. Da haben wir sogar eine Kiste für Fleisch. Was ebenfalls sehr gut ist. Ja, ziemlich nice, was wir alles finden. Zu diesen Kisten gehe ich immer sehr gerne. Nur, ich weiß manchmal nicht, wo die sind. Sind die in den Wolken, oder sind sie hier in der Tiefe? Theoretisch müsste ja jetzt eins... Ähm, hier ist ein Licht. Genau, theoretisch müsste hier eins sein. Wenn ich jetzt die ganze Zeit entfernen sollte, sollte ich für euch wieder auf eine Kiste treffen. Und wenn nicht... Oh mein Gott. Wo bin ich? Habt ihr das gesehen? Da war irgendwas. Da ist ja irgendwas. Ach, du Kacke. Ähm, moin mal, ganz kurz. Wir haben etwas Untergrundartiges gefunden. Ist das eine Treppe? Ähm, okay, da ist... Ich dachte, da wäre eine Höhle. What? Oh, cool. Alter, was für ein Sprung. What the freak? Ja, ich finde die Kisten leider nicht. Die sind für mich nicht da. Oder die sind quasi unter der Erde oder so. Aber ich finde sie da ebenfalls nicht. Bisschen merkwürdig. Deswegen kann ich halt nur die Kisten nehmen, die sich an einer anderen Stelle befinden. Also ja, das ist ein bisschen nervig, aber ist halt einfach so. Was? Oh, was gibst du mir? Ich muss diese Vögel irgendwie verscheuchen. Okay. Ähm, du... Welche Vögel? Ich habe ein Gewehr. Reicht das? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Bam. Oh Gott, oh Gott. Lass mich in Ruhe. Komm schon. Wieso? Meine Waffe will nicht schießen. Meine Waffe will nicht schießen. Ah, ich kann auch schlagen damit. Okay, das macht Sinn. Ich weiß ja nicht, welche Vögel du meinst. Siehst du, ich sehe diese Vögel gar nicht. Aha, wir können auch so... First Person. Seht ihr das? Und da kann man besser zielen. Zum Beispiel, wir können ihn einfach beschießen, glaube ich, oder? Geht das nicht? Naja, leider anscheinend nicht. Schade. Aber First Person geht natürlich auch, was sehr cool ist. Wir können zum Beispiel... Oh Gott. Die Kuren schießen oder so. Hä, es trifft gar nicht. Oh, jetzt trifft's. Boah, die ist echt schnell gestorben. So sieht der Säbel aus vom Nahen. Chack, chack, chack. Ziemlich geil eigentlich, dass man sogar First Person spielen kann. Auf dieser Welt gibt es keinen, dem ich helfen kann. Hier gibt es viele Kisten, die ich nicht finden kann. Aber keinen, der wirklich... Ah, da ist ein golder Block. Da wird etwas angezeigt. Ähm, Entschuldigung, Lady. Wollen Sie... Ah, ich sehe schon, ich soll Ihnen helfen, oder? Chack, chack. Nja, 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 nja. Nja, nja, nja. Oh Gott, jedes Mal. Meine Güte, ich kann nicht helfen. Ich hab nicht Rüstung oder so. Ich hab einfach keine Rüstung. Seht ihr das schon wieder? Schon wie... Wie soll ich bitte die gewinnen? Es geht gar nicht. Ich kann den Fisch benutzen. Das geht. Ist das eine gute Idee, den Fisch zu benutzen? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, da ist ein Säbel effektiver. Aber gegen Zombies komme ich nicht klar. Na gut, Leute. Ich werde die Folge von Lego Worlds mal hier stehen lassen. Also, ich weiß nicht. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Meine Waffen sind nicht stark genug für die Zombies. Und diese Kisten dort, die verstecken sich einfach jedes Mal vor mir. Und manchmal finde ich eine und manchmal finde ich auch keine. Obwohl die angezeigt wird. Aber na gut, wie auch immer, Leute. Beim nächsten Mal holen wir auf jeden Fall die restlichen goldenen Steine. Heute habe ich leider keine Zeit mehr für. Aber im nächsten Mal definitiv also für mehr Lego Worlds. Bewertet nicht vergessen. Falls ihr es nicht getan habt, ist es so gerne kostenlos zu abonnieren. Für die nächsten Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.